Konnichiwa meine Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Legend of Korra. Wir bekommen gleich Besuch. Und zwar ziemlich übel. Von zwei Riesenkaulquappen. Und man blickt hier überhaupt nicht durch, was die... Oh, eine Polen! So ein bisschen Schaden, ja toll, macht super viel Schaden. Am besten kriege ich das mit Feuer hin. Aber jetzt habe ich schon wieder gewechselt. Jetzt habe ich schon wieder gewechselt. Ich drück den falschen Knauf, scheiße. Den Schaden hätte ich mir jetzt sparen können. Oh Gott, ey. Den einen hatte ich im letzten Part fast down und dann mich aber gestorben, weil ich nichts mehr zum Beleben hatte. Deswegen ziemlich übel. Und das ist auch ein kleiner, enger Raum hier zum Kämpfen und die lassen mich ja nicht gehen. Wie man sieht. Oh, Mann! Schon übel hier. Ey, das gibt's doch nicht. Ich seh nicht. So oft engsten Raum, wie soll ich denn hier was sehen? Alter! Mann, du kleiner Ficker. Da bin ich voll sauer. Ja, ist klar. Ja, tot, super. Gibt's doch nicht. Ey, wie die mich auch treffen. Das gibt's nicht. Ey, das gibt's echt nicht. Dann mache ich eine Sache und dann greift er mich schon wieder an. Arschloch. Gibt's nicht. Oh, Mann. Läuft echt scheiße. Boah, ich seh das auch gar nicht, wenn der angreift. Ich wollte mal leben oder so. Aber ich krieg nichts. Das ist ja typisch. Fuck, ich will abhauen, die lassen mir keine Chance. Wie asozial ist das hier, bitte? Mit diesem kleinen, engen Raum. Boah, Mann. Lass mich. Und dann noch dieser Extraschaden, den man hat, wenn man da reinfällt. Und diese komische Scheiß-Suppe da. Echt mies. Und ich seh nicht, wo ich hier ein Rasen sehe. Oh, Mann. Letztes Leben hier. Und die machen mich hier... Ey, die machen hier... Das gibt's nicht. Ich kann nicht abhauen. Ich kann nichts machen hier. Ich kann nicht abhauen. Ich kann nicht blocken. Gar nichts. Was ist denn das für eine Asi-Scheiße? Alter. Unglaublich. Das gibt's echt nicht. Und ich hatte den Fastdown. Ich hatte den Fastdown. Das gibt's doch nicht. Ich seh nicht. Ich seh einfach nichts. Wenn ich den jetzt down kriege und sterbe, dann heule ich. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh, Gott. Leck mich. Und wenn ich jetzt sterbe, dann... Dann war's das, oder was? Nein, 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 nein. Komm, stirb. Ja, 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 ja. Super. Boah. Fuck it. Alter. Ich weine gleich. Oh, Mann. Das war jetzt übel. Richtig übel. Meine Finger. Und da ist der alte Opi. Die alte Stinkmorschel ist da. Und was ist das jetzt? Ähm. Ähm. Okay. Power. Alles klar. Die haben sich jetzt alle hier ausgebreitet. Aber ich brauch Leben und so. Und Punkte brauch ich. Weil. Ähm. Wenn ich jetzt neue Sachen kaufen will und so. Dann brauch ich jetzt echt Punkte. Und vor allen Dingen haben sich da neue Pfade geöffnet. Aua. Ich glaub, ich sollte mit Luftbending hier weiter. Wie war'n das? Mit dieser. Ich weiß nicht, wie man das gemacht hat. Mit dieser eine. Mit dieser eine. Ballattacke da. Aber wir kriegen Besuch. Auch schön. Sie ist so schnell. Ich glaub, das liegt daran, was ich benutzt habe. Ich hab' ja dieses eine Item benutzt. Ich hab' den Stress. Komm' da nicht durch. Okay. Dann lass mich da nicht durch. Autsch. Das macht extra alles Schaden, ey. Was ich nicht gebrauchen könnte. Scheiße. Oh, das ist so ne scheiß Ducke hier. Mann. Ich will da nicht rein. Fall. Oh Gott. Vor allen Dingen, warum sind da Wege, wenn ich da nicht mehr durchkam? Wenn ich da nicht mehr hinkam? Das ist ja unfair. Na gut. Und dann eben weiter. Wir sind jetzt hier bei diesem Baum und da ist der... Oh, nee. Alter, das bringt mir doch nichts, wenn ich jetzt hier um Leben und Tod kämpfen muss. Du bist ein Arschler. Und jetzt? Jetzt kommt ne Filmsequenz und da ist der Eiser. Wundund. Hundehunde. Immer ist sie schuld, ey, mit dem Portal. Jetzt hat sie das Portal geöffnet und... Oh, schon wieder diese Spassen. Wow. Sein Ernst? Was? Na klar, holt noch diese Qualenköpfe und dann ist alles super. Oh mein Gott. Gegen die soll ich jetzt alle kämpfen? Oh Mann, das ist doch viel zu viel. So, Schaub, wir können jetzt natürlich wieder kämpfen. Ja, ja. So, wir können jetzt wieder hier was kaufen. Fürs Feuerbändigen. Kaufe ich sofort. So. Oh, Scheiße, das wollte ich jetzt nicht drücken. Opsala. Ähm, ich habe jetzt den falschen Knopf gedrückt. Zu voreilig. Ich wollte eigentlich in... Es ist ein bisschen nervig, dass ich hier immer alles ausrüsten muss extra. Ja, ja, ja. Ähm. Ne, ich mache das immer nach oben. Schnellere Auswahl. Ähm. Ich fand das andere voll cool, ähm. Ähm, 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 ähm. Nein. Stopp. Hello. Oh Mann, jetzt kauf doch mal. Onkel Iris Tee. Das stärkt die Seele. Hm. Nein. Jetzt können wir gehen. Jetzt können wir gehen. So, das heißt wir müssen jetzt hier kämpfen. Irgendwie. Hallo. Oh, wie der mal lacht, ey. Das geht mir so auf den Sack. Okay, Chaos. Was? Das erinnert mich an Final Fantasy. Chaos. Was ist hier los? Ähm. Ähm. Warum sind wir beim Lufttempel? Nein, es kann nicht sein. What? Was ist denn das jetzt schon so? Ich erinnere mich nicht, hier zu sein. Also, dass ich... Hä, warum sind wir denn hier? Ich erinnere mich gar nicht, dass wir, ähm, wo ich das gespielt habe, dass ich hier war. Spirit Water? Warum? Warum? Okay. Frag mich nicht. Frag mich nicht, was hier gerade abhielt. Wer? Was? Wer hat Schmerzen? Was ist los? Ähm. Was ist hier los? Ich verstehe hier gerade gar nichts. Was ist... Hä, voll Bahnhof hier. Das ist nicht... Haben wir nicht hier gekämpft gegen diese drei Spassi? Seine Rache... Ja, Leck Arsch. Die ma mit ihrer Rache, diese böse Wüste, geht mir so auf den Hack... So viele bunte Farben. So viele kleine bunte Farben. Oh Mann. So, ich möchte Level 5 machen für mein Luftbänding hier. Oh, das kann ich nicht blocken, das ist irgendwie schnell ausgewichen. Oh, jetzt hat er mich. Kleine Drecksau. Ey, hörst du mal auf hier auszuweichen? Vielleicht selber. Na klar, immer mehr. Aber Luftbänding müsste eigentlich ziemlich gut sein hier. Ist ja nicht auch ein Mensch. Was auch immer. Der Typ ist einfach nur krank. Eigentlich würde Erdbeeren mir auch ziemlich gut passen. Aber es ist zu langsam. Ja, das ist... Rechen die mich hier auch noch. Oh, ihr nervt. Jetzt hört doch mal auf hier. Geht alle in meinen Wirbel rein. Ach, das war direkt. Oh, du Arsch. Hat mich doch trotzdem noch getroffen. Wie viele sind das? Oh, der mit seinem Scheiß. Donner hier. Blitz, blitz. Nicht Donner. Donner ist halt das Geräusch. Mann. Er verwirrt nicht voll hier. Erzreiß. Kleines Arsch. So, schon mal Level 5. Super. So, jetzt kriegt er aber richtig auf die Fresse. Ja, du auch. Genau du. Warte. Krieg dich. So. Dafür, dass du mir die ganze Zeit schaden willst, ja? Meins reicht aber. Oh, nicht die. Nein. Oh, scheiße. Hat der mich abisch? Tschüss. Isst du. Nein. 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 Tschüss. Der Nächste, bitte. Der Erdbendinger ist irgendwie oft der Letzte, der in uns bleibt. Standhaft. Was? Snake, Alter. Oh, ich war pissig. So. Und jetzt? Man, halt einfach die Klappe, Opi. So, wir sind jetzt wieder hier. Der ist immer noch da. Ich hab Angst, mich zu bewegen. Okay. Ich muss mich nicht bewegen. Es passiert trotzdem etwas. Ja, muss ich ja, oder? Um dich zu besiegen, muss ich noch länger stehen. Was passiert jetzt? Ach, du verfickte Sch... Dragonfly Bunny Spirit. Und wir sind die Feuerfrettchen. Okay. Oh Mann, ey. Ausgerechnet dieses Spiel hier. Ich glaub, ich erinnere mich, dass ich mal da ganz schlecht war. Wegen etwas anderem. Nicht jetzt wegen das hier. Aua, ich muss ja drauf achten, dass sie mich hier nicht... ...weckicken. Oh, fuck. Immer ausweichen, ausweichen und... Oh, nein. Na toll, dankeschön. Super. Jetzt sind die alle wieder hier. Na, klasse. Hat mir ja jetzt gerade gefehlt. Nimm mal wieder auf deinen Platz. Oh, ey, was? What the fuck? Ist das euer scheiß Ernst? Wann der Dreck? Boah, was zum Teufel. Was zum Teufel? Wie soll ich denn da... Hä? Warum war ich denn so schnell kaputt? Gibt's ja nicht. Hä? Was? Hä, warum... What the fuck? Jetzt kämpfen die gegen mich? Was ist denn jetzt los? Was? Warum kämpfen die jetzt gegen mich? Wow. Vor allen Dingen sind die nicht mal schwach. Na, klasse. Alter. What the fuck? Ich komme mir gar nicht klar gerade. Regeln brechen, ja? Und dann hier mich so fertig machen. Oh, falscher Knopf gedrückt. Okay, wir sind sogar ziemlich aggressiv. Das sind jetzt sozusagen die, ähm, Feuer- und Erdbändiger und der Wasserbändiger nur als Kaninchenformen, oder was? Aber viel stärker. Viel, viel stärker. Oh, fuck it. Okay. So kriegen die wenigstens auch ein bisschen Schaden. Oh, man. Boah, die haben ja echt... Echt... Danke. Alter. Ich traue mich gar nicht zu wechseln hier, diese... Nein! Oh, Gott. Du auch noch, ja? Ich komme mir gerade gar nicht klar irgendwie. Ah, nein! Ach, der lebt ja immer noch. Das ist ja kotzig. Nein! Ich will doch... Ich will doch nur gewinnen. Wenn ihr schon die Regeln brecht. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt... Jetzt stresst er auch noch mit. Was ist denn jetzt los? Oh, mein Leben ist so klein. So, jetzt nur noch der hier. Oh, fuck. Was ist denn hier los? Komm, stirb. Super. Was... Was ist jetzt los? Oh! Ich bin gerade fertig. Ich bin echt fertig gerade. Ich dachte, ich sterbe. Ich glaube, das war mal am Anfang, wo ich das gespielt habe, richtig schwer für mich. Da habe ich echt oft verkackt. So, warte mal. Bevor der jetzt hier weitermacht und mich total zerstört, mache ich erst mal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bin echt fertig mit den Nerven gerade. Schaltet dann wieder ein und bis dann. Wir sehen uns dann.